Hey, schön, dass du wieder da bist oder schön, dass du das erste Mal hier bist. Mein Name ist Luke und herzlich willkommen zu dieser 30-tägigen Minimalismus-Low-Buy-beziehungsweise-Now-Buy-Challenge. In dieser Challenge möchte ich dich durch vier Wochen führen. Ich mache diese Challenge auch selbst, habe die auch selber für mich ehrlich gesagt kreiert, möchte dich daran teilhaben lassen, wie wir einfach in den nächsten 30 Tagen minimalistischer leben können, aber gleichzeitig auch irgendwie einen anderen Mindset schaffen können für das nächste neue Jahr. Und freue mich sehr darauf auf das Video, von daher, ich würde sagen, lass uns direkt anfangen nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir das Video beginnen, ich habe dieses Video für dich auch als kostenlose PDF zusammengefasst. Das heißt, du kannst während dieser 30 Tage immer wieder auf diese PDF zurückgreifen. Die habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Kannst du dir abspeichern, kostenlos runterladen, aufs Handy packen und hast dann jederzeit einen schönen Überblick, wo du gerade stehst und vielleicht gibt dir das so einen tollen Anker für diese 30 Tage. Lass uns vielleicht als allererstes, bevor wir sozusagen in die erste Woche einsteigen, uns die Frage stellen oder vielleicht stellst du dir mal die Frage, wann hast du, wurde ich das letzte Mal für 30 Tage lang nichts gekauft, also nichts außerhalb der Reihe, was du nicht wirklich brauchtest. Bei mir ist es relativ lange her und ich finde das jetzt eigentlich ziemlich krass, weil man ja doch irgendwie immer konsumiert, natürlich auch dadurch, dass wir halt sehr viel im Alltag dadurch konfrontiert werden. Alleine wenn du zum Supermarkt gehst, du kennst das selber, wann warst du wirklich mal einkaufen und hast nur die Dinge gekauft, die du wirklich brauchtest und nicht irgendwie noch was außerhalb der Reihe. Entschuldigung? Ja? Was haben Sie da gerade gekauft? Nur das Nötigste, eine Feigen-Knühblatt-Reduktion, eine Stein gemahlene Macadamia, Gutzweil im Grokost-Kalitik. Haben Sie schon mal von der No-Buy-Challenge gehört? Super, Schatz. Was ja auch für dich okay ist. Ich denke, es soll auch gar nicht darum gehen, dass man komplett auf den Konsum verzichtet. Aber ich glaube, es ist spannend, sich diese Frage einfach mal zu stellen. Da gibt es noch ein paar Beispiele. Online-Käufe, Kleidung, Dekoration für zu Hause. Das sind, denke ich, Sachen, die man halt relativ schnell mitnimmt. Und deswegen würde ich in dieser ersten Woche, in der du dir einfach mal sieben Tage zunächst einfach mal vornehmst, nichts zu kaufen. Tagebuch darüber führen, was du alles nicht gekauft hast. Normalerweise macht man das hier andersrum. Weil dadurch wird dir auch klar, wenn du nämlich den Betrag dorthin schreibst, wie viel Geld du auch in dieser Zeit gespart hast. Wir werden in Woche 2 das noch etwas fortführen. Aber für Woche 1 schreib dir einfach mal auf, was du eigentlich gerne gekauft hättest. Wenn du im Supermarkt bist, in der Stadt bist, wenn du online irgendwie was schaust und was du eben nicht ausgegeben hast. Und dann macht dir eben bewusst, welche Summe das war. Darüber hinaus stell dir die Frage, welchen Wert hätte das, was du gekauft hättest, wirklich für dich? Ich würde hier mal unterscheiden zwischen Funktionalität und Schönheit. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Dinge kaufen sollen, die einfach nur schön sind, die wir aber eigentlich nicht brauchen. Bestes Beispiel, diese Keramikkasse beispielsweise habe ich neu gekauft, jetzt im Dezember. Ich brauche sie aber eigentlich nicht, aber ich fand sie eben einfach wunderschön. Aber vielleicht so ein paar funktionelle Beispiele und zwar einen Pulli. Wenn du wirklich einen Pulli brauchst, weil der halt einfach kalt ist, natürlich sollst du dann auch in diesen 30 Tagen einen Pulli kaufen. Du sollst nicht frieren. Wenn du aber eigentlich genügend Pullis hast, die auch schön sind, wovon ich mal bei den meisten von uns ausgehe, muss der Pulli vielleicht nicht sein. Das gleiche gilt auch für Schminke. Wenn du halt einen neuen Abdeckstift brauchst, weil es einfach dein Wohlbefinden steigerte im Alltag und dein Jetziger irgendwie leer hast oder verloren hast oder sonst was, solltest du ihn dir kaufen. Brauchst du jetzt einen zusätzlichen Abdeckstift oder zusätzliche Schminke? Vielleicht eher nicht. Vielleicht kann man in diesen 30 Tagen darauf verzichten. Was ist mit Pflanzen, mit Dekoration? Wenn du jetzt gerade neu in deine Wohnung einziehst und du möchtest einfach eine wunderschöne Pflanze irgendwo in einer Ecke haben, dann solltest du ihn natürlich auch in dieser Zeit kaufen. Deswegen auch low buy und nicht no buy. Wenn du aber eigentlich genügend Pflanzen und Dekoration zu Hause hast und du findest einfach eine weitere Pflanze schön, dann probiere einfach mal in diesen 30 Tagen darauf zu verzichten, insbesondere aber in dieser ersten Woche. In der zweiten Woche, und dir geht einen Schritt weiter voraus, solltest du natürlich auch wieder versuchen, nichts zu kaufen, aber versuch einfach mal in dieser zweiten Woche jeden Tag dich 15 Minuten mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und zwar ganz einfach durch YouTube. Ich habe das damals auch gemacht und ich werde das auch jetzt wieder machen im Januar. Und zwar schau einfach mal 15 Minuten Finanzvideos. Das muss nicht ein Video sein, das können auch zwei Videos sein oder drei Videos. Du liest 15 Minuten lang ein Buch. Ich kann das Buch Young Money Guide sehr empfehlen für alle Anfänger. Und dann schau einfach mal, was es mit dir macht. Es geht gar nicht darum, dass du dir jetzt Notizen machst dabei oder irgendwie aktiv was lernst, sondern es geht viel, viel mehr darum, dass du durch diese Finanzvideos und den Einstieg in das Thema Sparen und Investieren einfach einen ganz anderen Zugang zu Geld bekommst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben unseren Kühlschrank, wir haben jetzt nur einen Kühlschrank und wir verkaufen jetzt unseren alten Kühlschrank. Der Typ kommt übrigens gleich. Und wir verkaufen diesen Kühlschrank für 100 Euro. Jetzt stell dir mal die Frage, was würdest du mit diesen 100 Euro machen? Beziehungsweise wenn ich dir jetzt diese 100 Euro geben würde, sagen wir, du wärst der Verkäufer oder die Verkäuferin und ich wäre der Käufer. Was würdest du damit machen oder wie würdest du darüber nachdenken? Würdest du dir denken, oh super, mit diesen 100 Euro kann ich mir das und das kaufen? Würdest du denken, oh super, diese 100 Euro kann ich sparen? Oder würdest du vielleicht sogar denken, oh super, diese 100 Euro kann ich investieren? Und ich beispielsweise hatte damals immer gedacht, boah Wahnsinn, 100 Euro, davon kaufe ich mir das und das. Heute denke ich mir, oh Wahnsinn, 100 Euro, okay, dann kaufe ich mir vielleicht für 20 Euro irgendwas Schönes und die 80 Euro, die investiere ich. Das heißt, du kriegst einfach durch diese Finanzvideos eine ganz, ganz andere Denkweise. Und das ist eben besonders dann toll, wenn du wenig beziehungsweise nichts kaufst, wo du dann eben merkst, was du mit diesem neu gewonnenen Geld auch machen könntest. In der dritten Woche, während du weiterhin nichts kaufst, was nicht wirklich nötig ist, schreib dir mal deine drei oder vier oder zwei wichtigsten Konsumbereiche raus. Also wofür möchtest du Geld ausgeben, was dich wirklich, wirklich glücklich macht? Ich glaube, häufig tätigen wir Käufe, vielleicht geht dir das auch so, bei denen wir kurzfristiges Glück suchen, weil man vielleicht Stress hatte oder man hatte einen blöden Tag. Das ist ja auch völlig okay. Ich meine, jeder hat irgendwie eine andere Stressbewältigung, aber vielleicht könnt ihr auch etwas anderes diesen Stress bewältigen, wie beispielsweise ein Spaziergang oder Sport. Ich weiß es jetzt so sehr klischeehaft, manche Menschen mögen halt einfach auch keinen Sport, ist ja auch okay, aber es muss ja vielleicht gar nicht immer der Kauf sein. Worauf ich hinaus will ist, dass wenn du dir deine Lieblingskonsumbereiche klar machst, in meinem Fall ist es beispielsweise Essen, also alles rund um Essen und Reisen, dann findest du heraus, was dich wirklich glücklich macht. Und dann kannst du am Ende jeden Monats aufschreiben, wie viel Geld du ausgegeben hast und wie viel in den jeweiligen Konsumbereich reingefallen ist. Beispiel Essen, Reisen, Sonstiges. Sonstiges sind irgendwie Konsumsachen, die dich nicht wirklich glücklich machen, die anderen beiden schon. Wenn du jetzt siehst, du hattest 1.000 Euro zur Verfügung und hast 60% in Essen und Reisen gesteckt, weißt du, okay, ein Großteil des Geldes ist dahin geflossen, wo es dich glücklich macht. Und es ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Das musst du auch nicht ewig machen, aber das mal ein, zwei, drei Monate zu machen, gibt dir einen ganz, ganz tollen Überblick darüber, wofür du dein Geld eigentlich wirklich ausgegeben hast. Und die vierte Woche, die ist dafür da, dass du insbesondere das in Woche zwei gelehrte Finanzwissen für dich anwendest und dir dann ein monatlich verfügbares Budget einmal aufschreibst und das unterteilst in Sparen, Investieren und Konsumieren. Beispiel, du hast im Monat 400 Euro zur Verfügung. Normalerweise ist ja die Denkweise, die wir eigentlich ja auch von Kind auf bekommen haben, okay, ich habe 400 Euro frei, was kann ich mit diesen 400 Euro kaufen? Heißt also 100 Euro pro Karta? Ja, perfekt, dann nehme ich viel. Ja, alles klar. Ja, ja, genau, morgen komme ich zum Arbeiten. Perfekt, danke, ciao. Das wäre die normale Denkweise, aber du gehst jetzt eben hin und sagst, okay, ich nehme so und so viel Prozent fürs Sparen, so und so viel Prozent für Investieren, beispielsweise einen ETF-Sparplan. Du kannst auch gerne, schau einfach bei YouTube ETF-Sparpläne, da kommst du ganz, ganz viele Videos, ganz, ganz viel Wissen darüber und wie viel geht in den Bereich Konsumieren. Ja, das war es für die Challenge. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde mit Sicherheit auch auf Instagram ein bisschen darüber reden, kannst mir gerne auch dort folgen. Aber ich hoffe sehr für dich, dass du das irgendwie, ja, durchziehst sozusagen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video und auch natürlich im nächsten Jahr wiedersehen. Mach's gut und bis dahin, ich wünsche noch eine wunderschöne Woche. Glück! Bis zum nächsten Mal.